Training mal ganz anders. Die Profis von Rekordmeister Bayern München beim sogenannten bayerischen Dreikampf. In den Disziplinen Maßkrugstämmen, Elfmeterschießen und Fußball konnten sich Bayern-Fans mit ihren Idolen messen. Vor allem das Halten des Maßkrugs mit ausgestrecktem Arm zehrte an den Kräften. Über zwei Minuten, also bitte jetzt. Wir haben heute zum ersten Mal gemacht. Das war interessant und man merkt erst mal, wie das in die Oberarme geht. Ich habe mich heute auch noch mal erkundigt, was der Rekord ist, ob ich den wirklich angreifen kann. Laut Guinness Buch der Rekorde ist er bei 45 Minuten, da habe ich ganz knapp verfehlt. Ein neuer Rekord blieb auch den Nationalspielern verwehrt, die nach der Länderspielpause erst wieder zur Mannschaft hinzustoßen. Stattdessen im Gepäck viele Tore und Punkte in der WM-Qualifikation. Ich freue mich einfach für meine Mannschaftskameraden, dass sie Erfolgserlebnisse haben. Dass viele Spieler zurückkommen und ihre Spiele gewonnen haben, das ist schön, aber mehr nicht. Es geht dann wieder normal weiter und man ist immer nur so gut wie das nächste Spiel. Dort treten die Bayern in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an. Der Auftakt zu drei englischen Wochen. Vor allem in der Phase dann wichtige Wochen. In der Bundesliga kann man vorne bleiben, in der Champions League kann man einen wichtigen Schritt machen, in Richtung Achtelfinale auch in den Wochen. Ein straffes Programm, für das der deutsche Rekordmeister aber auch schon ein Erfolgsrezept parat hat. Durchhalten und Zähne zusammenbeißen. Zusammenbeißen.